Was deine kaputte Brille mit Antons schönster Arschbombe zu tun hat? Hat's schon Klick gemacht? Nein? Wir zeigen es dir. Du brauchst Durchblick, ganz klar. Also brauchst du dir eine neue Brille. Und das freut den Matthias. Der hat nämlich Großes vor. Und weil Matthias und Claudia ihren Abend bei Maria verbringen, kann die Maria dafür sorgen, dass nicht nur ihr Laden läuft, sondern auch das Geschäft von Lukas gedeiht und wächst. Das wiederum freut Philipp, Mario, Fabien, Laurenz, Elias, Alexander, Jakob, Lukas, Lorenzo, Noah und das ganze Team. Und auch den Herbert. Weil von Herberts unternehmerischem Erfolg haben wir alle was. Und die Sabine kann dafür sorgen, dass Anton auch morgen noch an seiner Arschbomben-Technik fallen kann. Die einen nennen es Chaos-Theorie. Die anderen sagen Schmetterlingseffekt dazu. Im Grunde ist es ganz einfach. Sag Ja zu Tirol. Weil alles hängt mit allem zusammen. Und wir alle sind miteinander verbunden. Was auch immer wir tun und lassen. Ein kleiner Klick für dich. Ein großer für die Tiroler Wirtschaft. Hat's jetzt Klick gemacht? Ich-Johan-No. Das ist ja auch. Ich-Schreie. Ich-Schreie. Vielen Dank.